Herzlich willkommen zum singenden Advent, heute wieder mit dem Magdeburger Kantatenchor unter der Leitung von Tobias Börngen. Wir singen einen ganz unbekannten Adventskanon von Wilhelm Wilms und Peter Jansen. Der grüne Zweig in unserer Hand, der grüne Zweig in unserem Land. Wer weiß denn von den Leuten, den grünen Zweig zu deuten? Sie alle tragen grüne Zweige durch den Advent und diese grünen Zweige erzählen eben von jener Weihnachtsgeschichte, um die es geht. Der grüne Zweig in unserer Hand, der grüne Zweig in unserem Land. Wer weiß denn von euch Leuten, den grünen Zweig zu deuten? Der grüne Zweig in unserer Hand, der grüne Zweig in unserem Land. Wer weiß denn von euch Leuten, den grünen Zweig zu deuten? Der grüne Zweig in unserer Hand, der grüne Zweig in unserem Land. Der grüne Zweig in unserer Hand, der grüne Zweig in unserer Hand. Der grüne Zweig in unserer Hand, der grüne Zweig in unserer Hand. Grüne Zweig in unserer Hand. Der grüne Zweig in unserer Hand. Vielen Dank.